Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen heute zum 1. Dezember. Ja, Weihnachten fängt nun langsam an. Es steht vor der Tür. Heute nur ein kurzes Video, keine Game Days, kein Mavesack, keine Turnierungen, sondern einfach ein kleines Informationsvideo für euch. Ihr seht hier schon rechts im Hintergrund etwas, was euch in diesen 24 nächsten Tagen erwarten wird. Denn ich mache ja so etwas wie ein Weihnachts-Giveaway, ein Weihnachts-Anwenden, wie man es beschreibt. Ich werde euch gleich alles weitere dazu erzählen. Auf jeden Fall erstmal Like, Abo und Kommentar da lassen. Würde mich mega, mega freuen und auch natürlich supporten. Ich möchte euch an Weihnachten was zurückgeben für euren krassen, krassen Support. Die Streams laufen heftig immer. 70, 80, 90 Zuschauer. Wir hatten 210 an der Spitze. Das war unnormal krass. Wir haben jetzt Customs bekommen, machen Customs-Turniere. Also Bumble Legends startet auch bald und wir haben noch wirklich viele, viele Projekte vor uns. Und ja, es läuft einfach momentan mega gut auch. Ja, auf YouTube läuft alles. Ihr seid super nett. Wir haben die für die besten Community in der ganzen Welt. Es freut mich wirklich mega, mega doll und Dankeschön für euren Support. Was ich in den nächsten 24 Tagen erwarten würde, sind erstmal ganz normale Videos. Aber es gibt eine Besonderheit und zwar, ich habe das auch schon letztes Jahr gemacht und letztes Jahr hatte ich kaum Zuschauen, deswegen war es glaube ich irrelevant. Aber dieses Jahr ist es so, ihr habt eine Aufgabe, die nächsten 24 Videos irgendwo dort werden sich sogenannte Weihnachts-Maves verstecken. Die sehen ja so aus. Genau, die sehen so aus, dass die sogenannte Weihnachts-Maves, sie werden sich irgendwo im Video verstecken. Und eure Aufgabe ist es, innerhalb der 24 Tage die ganzen Weihnachts-Maves zu zählen und dann am 24. in das Video reinzuschreiben, ja, wie viele es dann geworden sind. Ihr habt Zeit bis Neujahr, das heißt am 1. oder 2. werde ich das quasi dann auslosen. Falls es mehrere Gewinner geben wird, wird es auf mehrere aufgeteilt. Insgesamt gibt es ja bis zu 100 oder 200 Euro zu gewinnen. Kommt auf an, wie viele es sind, also wirklich am Ball bleiben, dranbleiben. Ihr könnt wirklich viel, viel gewinnen. Und ich belohne natürlich die Leute am meisten, die die Videos auch ganz gucken, die sich damit auseinandersetzen, die Sachen auch zählen und nicht die Leute, die einfach nur durchsgeben. Das ist klar. Ja, deswegen könnt ihr auf jeden Fall ordentlich was gewinnen. Vielleicht auch noch sogar ein paar andere Sachen, zum Beispiel von meinem neuen Partner Klasmo. Ein paar, ja, Bundles geschenkt bekommen, da müssen wir nochmal schauen. Aber auf jeden Fall könnte hier ordentlich absahnen und belohnt werden, wenn ihr die Videos schaut. Deswegen, das möchte ich euch zurückgeben. Ich verlange ja nicht viel dafür. Deswegen, ja, würde mich sehr freuen, wenn einige mitmachen. Wie gesagt, ihr wisst die Weihnachts-Maves-Szene, könnt euch das privat aufschreiben. Könnt es aber auch unten in die Kommentare schreiben. Oder am Ende zusammenziehen, wie jeder das macht, ist es mir egal. Aber trotzdem einen Kommentar da lassen. Auch wenn ihr es nicht in die Kommentare schreibt, würde mich trotzdem sehr, sehr freuen. Das war es heute mit dem Video. Ab morgen geht es ganz normal weiter. Heute ist noch kein Weihnachts-Maves-Star. Derjenige hier zählt nicht. Das heißt, es beginnt ab morgen. Ja, wichtig zu wissen, denn der ja gerade eingeblendet wurde, zählt nicht, sondern ab morgen. Deswegen, Leute, ab morgen beginnt die Suche. So eine Art Schnitzeljagd vielleicht, auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns ab morgen. Also frohe Weihnachten wünscht ich euch jetzt schon. Beziehungsweise schöne Weihnachtstage. Und ich sage, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao.